Ist unser Freund da drin? Er kauert in der Ecke. Sie haben ihn nur etwas verschreckt, aber wenn wir leise sind, kommt er von alleine raus. Hey Leute. Sagen Sie, kann es sein, dass Sie mir vielleicht irgendetwas sagen wollen? Da fiel Ted wieder ein, was der Hausmeister zum Thema Selbstvertrauen gesagt hatte. Und er wusste, dass er nur in einer einzigen Situation über welches verfügte. Hier uns alle mal antreten! Ich hab Sie gestern spielen hören und dachte mir, Sie hätten vielleicht Lust mit uns zu jammen. Ich bin übrigens Teddy Buckland. Oh, ich bin Stephanie Gooch. Tja, Gooch. Sehen wir mal, ob Sie mithalten können. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion. Als ich Ted zusah, dachte ich, dass ein wenig Selbstvertrauen nicht schadet. Doch als ich Dr. Cox vorbeirauschen sah, fiel mir auf, dass zu viel davon einem Ärger einbringen kann. Denn wenn...